Im heutigen Roblox Brookhaven Video gucken wir uns das nagelneue Update von Brookhaven an. Außerdem machen wir die Candy Hunt in Heart. Seid gespannt, was wir da bekommen. Es ist einfach nur mega, mega cool. Vergesst natürlich nicht den dicken, fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Brookhaven. Denn, Leute, es gab ein neues Update. Und zwar gestern Nachmittag kam das Update. Ich bin leider immer noch ein bisschen krank, deswegen konnte ich es gestern leider noch nicht posten. Aber das Update ist mega, mega cool. Ich habe es mir schon ein bisschen angeguckt, dass ich es euch zeigen kann. Und das Erste, was ins Auge sticht, sind die Bäume, oder? Und hier ist eine Spinne. Guckt euch mal das an. Das sieht so cool aus. Hier steht Happy Halloween. Und da hinten gibt es eine Candy Corn Hunt. Die machen wir auch gleich. Bevor wir das aber machen, machen wir das Interface an und ziehen uns Halloween-mäßig an. Denn es gibt mega krass viele Sachen, die wir aussuchen können. Als erstes nehmen wir irgendein Gesicht. Da gibt es keine besonderen Gesichter für Halloween. Aber gefühlt alles andere können wir irgendwie mega cool verändern. Das habe ich ja auch genutzt für meine Cruella de Vil. Falls ihr es verpasst habt, das Roleplay, verlege ich es euch einfach mal im i. Das nächste, was wir machen können, sind die Haare. Es gibt mega krass viele Haare zu Halloween, sowohl für Mädchen als auch für Jungs. Ich habe das Gefühl, für Mädchen gibt es irgendwie mehr Haare. Was aber, ich glaube, einfach immer der Fall ist. Oh mein Gott, guckt mal, das ist eine kleine Fledermaus. Oh Gott, das feiere ich schon richtig. Wir haben auch noch ganz viele andere verschiedene Haare. Die seht ihr alle, weil da so ein kleiner Kürbis ist, ja. Also die sehen teilweise richtig nice und auch vor allem richtig creepy aus. Da kann man richtig coole Roleplays spielen. Zum Beispiel, dass man sich verkleidet für eine Halloween-Party oder irgendwie sowas. Mega nice. Oh mein Gott, Leute, treibt immer sehr, sehr gerne in die Kommentare, welche der Frisuren gefällt euch am besten. Ich bin... Oh mein Gott, hat die Frisur... Wartet mal. Guckt mal, die Frisur hat ein Piercing mit. Mein Gott, das ist cool. Das ist mega nice. Dann, wenn ihr lieber auf Orange steht, als auf Lila-Schwarz, gibt's hier auch was. Und hier ist quasi die ultimative Frisur, oder? Da gibt's alles. Dann ist es eine Jungsfrisur. Die ist auch mega cool. Und hier ist eine Jungsfrisur. Und ich glaube, das war's mit dem ersten Überblick. Mir persönlich gefällt diese Frisur einfach mega, mega krass gut. Deswegen nehmen wir die. Ich glaube, dass wir nichts haben, was wir anziehen könnten. Das hier. Dann sind wir der krasseste Zoff. Wie immer, das sieht mega cool aus. Okay, lassen wir mal das an. Und dann holen wir noch Accessoires. Jetzt wartet mal. Sieht irgendwie cool aus. Bei ganz vielen Frisuren, hätte ich gesagt. Ich bin aber jetzt nicht so begeistert. Oh mein Gott. Das ist mega nice, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie habt ihr euch angezogen. Oh mein Gott, ein Witches Hat. Ich liebe Hüte, aber das passt halt bei ihr nicht 100%. Oh mein Gott, aber ich liebe so riesengroße Hüte. Oh, da habe ich so ein Messer jetzt im Kopf. Das sieht auch richtig cool aus. Oh mein Gott, Leute. In rosa gibt es ihn auch. Ein paar Sekunden später. Oh, Leute, es gibt auch Bunny Ears. Lasst uns die Bunny Ears anziehen. Die sind mega, mega süß. Die erinnern mich an die Viera in Final Fantasy. Das finde ich mega cool. Aber Leute, guckt euch mal an, wie viele unterschiedliche Sachen es bitte hier gibt. Das ist einfach nicht normal. Ganz ehrlich. Oh, der ist auch mega cool. Okay, wir nehmen den. Der ist mega nice. Wie lange habt ihr gebraucht, um euren Avatar, hier euren Charakter richtig anzuziehen? Ich bin gefühlt noch nicht fertig. Dann brauchen wir natürlich noch irgendwas am Rücken. Und das ist, glaube ich, irgendwie nur für riesengroße Charaktere. Denn der passt nicht 100%. Damit können wir, glaube ich, ein Geist sein. Okay, geht bei mir leider nicht. Nicht so schlimm. Was gibt es denn noch? Oh mein Gott, wie süß ist das denn, Leute? Guckt mal, da hat man eine kleine Fledermaus dann. Uh, und hier hat man einen großen Sack zum Trick-or-Treaten. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Denn wir wollen ja jetzt zum Trick-or-Treaten gehen. Ähm, okay. Das ist ein riesengroßer Lolli. Uh, eine Sense. Leute, wir brauchen die Sense in unserem Leben. Oh mein Gott, aber wir haben hier noch so viele andere Sachen, die wir jetzt alle gar nicht mehr tragen können, weil wir nur zwei Items nehmen können. Egal. Wir sehen jetzt so aus. Ich hätte gesagt, wir sind die coolsten ever. Dann gehen wir rein. Wir scrollen nach ganz unten und holen das Trick-or-Treat-Ding hier raus. Und dann können wir Trick-or-Treaten. Wenn wir hier draufdrücken, dann sagt er tatsächlich auch Trick-or-Treat. Trick-or-Treat. Das ist, das ist mega creepy, oder? Trick-or-Treat. Trick-or-Treat. Okay. Ich hätte gesagt, wir sind bereit. Oh, jetzt möchte ich nicht hinsetzen. Nein, 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 nein. Wir Trick-or-Treaten jetzt. Easy, Hard, Medium, Extreme und Insane. Das Ding ist, wir können diese Sachen alle freischalten, indem wir die verschiedenen Modi gehen. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Sachen spawnen könnt, weil ihr seht, wir können die hier gerade nicht spawnen, obwohl wir ja auf einer Straße stehen, ihr müsst die Candy-Corn-Hunt machen. Dann schaltet ihr die Fahrzeuge frei. Ich finde die alle mega cool. Warum? Sie setzt sich hin, sie möchte schaukeln. Okay, ich sehe das schon. Das coolste Fahrzeug ist das hier und das hier. Und was ist eigentlich das hier für ein Fahrzeug? Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist Hard. Okay, dann lasst uns mal Hard gehen, weil ich möchte gerne das Fahrzeug angucken. Hallo? Achso, wir müssen hier erstmal raus, oder? Ja, ja, ja. Candy-Corn-Hunt, Hard. Ach, Gottes Willen. Okay, wir müssen 25 Candy-Corns einsammeln. 25 Stück. Wir müssen auch einfach nur durchlaufen. Und ich glaube, es stand da, dass sie nicht in Gebäude sein können. Hier hinten ist auch wieder eins. Wir unterbrechen kurz die Hand, denn guckt mal, hier ist ein riesengroßes Schild, da steht Happy Halloween. Und guckt euch mal die kleinen süßen Schilder hier an. Slowdown Trick-or-Treaters. Also, ne, wir wollen hier Süßes oder Saures auf Deutsch. Aber bestimmt wisst ihr alle, dass es auf Englisch Trick-or-Treat heißt. Und ja, deswegen das hier so da steht. Ich bin gespannt, wie lange ich noch brauche, bis ich alle 25 finde. Aber ich glaube, es ist nicht zu schwer, denn sie sind weder in den Gebäuden noch eben außerhalb der Stadt. Von daher kann man die eigentlich ganz gut sammeln. Uh, Leute, auf der Suche nach den Candys habe ich ein Ufo gefunden. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Aber mir fehlen noch drei Candys und ich sehe keine mehr, weil ich blind bin wie eine Hummel. Oh mein Gott, es hat so unfassbar lange gedauert. Falls ihr auch Probleme hattet, ich glaube, ich habe euch alle Locations hoffentlich eingeblendet für den Hard-Mode. Ich denke, Easy und Medium ist wirklich leicht. Ab Hard, glaube ich, wird es ein bisschen problematischer, falls ihr die anderen auch wollt. Schreibt es mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. So, jetzt. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Der Besen. Oh mein Gott, es ist ein Besen. Ich, oh mein Gott, es ist ein Besen. Das ist nicht mein Ernst. Es ist ein Besen. Es ist so cool. Das hat sich definitiv rentiert, dass ich, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten ich jetzt gesucht habe. Ich hätte gesagt, es waren viele, aber der Besen hat sich definitiv rentiert. Der Besen ist das coolste ever. Oder schreibt immer sehr, sehr gerne in die Kommentare, welches Auto gefällt euch am besten. Also, Besen ist der Knaller. Ich habe mich jetzt gerade noch mal gereloggt, um zu gucken, ob tatsächlich der Besen bleibt und er bleibt. Das heißt, ihr macht das Ganze ein einziges Mal und danach könnt ihr alle Dinge freischalten, bis das Halloween-Update wieder weg ist. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sachen bleiben, aber solange das Halloween-Update da ist, könnt ihr quasi dann den Besen und eben auch die anderen Autos nutzen. Ich muss ehrlich sagen, mein absoluter Favorit ist der Besen und ich werde jetzt einfach nur noch mit einem Besen mich fortbewegen. Okay, das war ganz offensichtlich gelogen, denn wir müssen ja noch das UFO ausprobieren. Das UFO gibt es nur für Premium-Mitglieder und das heißt, ihr könnt das UFO nur steuern, wenn ihr Premium habt, aber wenn ihr in einem Server seid, wo andere Leute sind, die Premium haben, sollte es eigentlich kein Problem sein, wenn ihr nicht fragt, dass ihr tatsächlich auch mitfahren könnt. So, ich muss es irgendwie hier jetzt... Ich musste nur ganz kurz den Platz finden, wo ich... Oh mein Gott, das sieht mega cool aus! Ich bin in einem UFO, als ob ich bin nur irgendwie upside down. Ja, schade. Wartet bitte. Ich... Nein! Okay, jetzt aber Speed. Wir gehen jetzt mal in die Neighborhood und schauen uns noch ein paar der Häuser an, denn da haben wir auch ein paar Änderungen. Wow, das UFO ist der Knaller. Ich wünschte, wir hätten das UFO immer. Guckt euch das UFO an, das ist mega nice und wir können natürlich auch schneller damit fliegen. Okay, es kann sein, dass ich das erste Mal aus Versehen einfach rausgesprungen bin und deswegen müssen wir das Ganze jetzt nochmal machen. Aber Gott sei Dank ist es mega, mega cool in diesem UFO und ich versuche einfach jetzt nicht mehr rauszuspringen. So, wir müssen ein bisschen... Hallo, wir müssen ein bisschen weiter... Entschuldigung, wir müssen hoch. Hallo. Okay. Ich stelle mich ein bisschen an hier am PC. Ich kann hier extrem schlecht lenken, aber das liegt daran, dass ich normalerweise immer am iPad spiele und nur und ausschließlich, wenn ich für euch filme, am PC. So, wir sind jetzt bei meinem Haus, bei dem ich immer bin und gucken uns noch ganz kurz eines der Häuser an, wo wir einen Garten haben. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel... Lasst uns mal das Haus spawnen. Wenn wir dieses Haus spawnen, dann werdet ihr sehen, dass es auch in absoluter Halloween-Stimmung ist, was mega cool ist, Leute. Guckt mal. Wir haben jetzt auch hier die Bäume in orange und in pink, wollte ich sagen. Das ist ganz offensichtlich lila. Egal. Und wir haben hier überall Spiderwebs. Wie heißt es auf Deutsch? Oh mein Gott, Leute. Spinnweben. Ja, es heißt Spinnweben. Außerdem seht ihr hier, wir haben hier alles in orange und hier ist sogar ein mega krass cooler Kürbis. Das Halloween-Update in Brookhaven ist so unfassbar cool und ich freue mich einfach mega krass drüber. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Das war es mit dem Video. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!